der dadi da die denn du es falsch nur deswegen das geht hier wenn man ein wasser hat was einen ewig weg drückt wenn man sagen gibt spinnen das quads und die haben menschen charts ich bin dass wir es auch geklärt hatten hier irgendwas spannendes nicht genug spannendes was ich aber alles übersehen werde weil es hier so viel spannendes gibt und ist zertus quads am boden ok da gibt es dann immer dass er das quasi wieder mit uran johannes zink ist so ach wir sind wieder wasser oberfläche gefährlich ist hier aus ein wissen wo geht es denn hier lang aus dem höhlen eingang vielleicht irgendwann auch mal platin das kann ja nicht sein dass ich bisher nur ein platin gefunden habe oder hier waren wir noch nicht sieht aber auch nicht so aus wenn man hier gerne ist nautilus du tust mir nix das ist gut hier eine quarry card hinschmeiß ne alter was was du hier alles für zeug chris einfach auch wenn du stumpf einfach nur alles abbauen lässt also da ist um 17 prozent sind hier nur nutzt letztliche sachen dann dabei so sollte man vielleicht nicht um die ecken gehen und ich weiß was hier ist das zertus quads wieder da könnte aluminium platin sein oder aluminium und ich muss mal gut durch 1 ach okay das ist ein chunk anzeige fehler ich dachte das wäre ein endermann unter wasser war ich kurz etwas verwirrt weil endermänner sterben unter wasser der fahrländers mod ich habe hier ein platin habe ich schon mal gut ein platin ist mehr als gar keins ich rede alter wie viel platz gibt es hier bitte aluminium gibt es hier bitte wieso gibt es hier nur aluminium ich brauche doch nur platin wieder nur platin ach hier bin ich jetzt wieder eine spinne hinter der wand nett auch lava das auch toll wir wissen gute gutes gespräch reich hier nicht schon hier waren wir doch schon hier waren wir schon gut wir schwimmen im kreis das ist gut zu wissen wir schwimmen bewegen uns auf jeden fall im kreis das auch schon das minimiert jetzt nicht das risiko dass wir auf den treasure treffen aber mal gut zu wissen dass wir uns im kreis nicht warum kann nicht ein aluminium was wir finden einfach mal platin sein warum nicht hier hotpack bisschen mehr platin weniger aluminium wie wärs hast du bock nein hat natürlich keinen bock darauf ja auch auch nur ich auch die ecke sieht gar nicht nett aus hier rein wir waren aber bestimmt auch schon 20 mal und wir waren nicht bekannt vor das geräusch war nicht gut aluminium das geräusch waren schwächer sicher man würde ich nicht dafür geben wenn das aluminium hier einfach nur ja soviel hast du es quasi doch nicht so jetzt aber noch ein bisschen platin die nächsten zwei minuten wenn ich am platin finden dann gehen wir ja wieder raus ich glaube aber das war gerade das geräusch vom treasure ich bin mir nicht sicher ich weiß nicht mehr wie das ding klang dann hellenhaft weggegangen platin gib mir nervig dir so wenig platin findest man schön dass wir generell mal was gefunden haben am platin ne das ist ja schon mal oh diamanten ok hier waren wir noch nicht diamanten hätte ich mitgemacht platin und diamanten war jetzt einfach nur noch habe ich mir jetzt so vorgenommen ist ein guter plan ne und hopp Zettosquartz das gibt mich relativ wenig weil davon haben wir jetzt 06 millionen tonnen Minium Plackgasse hier Z meine GZ heute schon gesahlt ja das ist der Nachteil an Ups Au wenn man umlandet tut es auch scheiße weh und da oh da ist ein diamant das ist jetzt belastend warum ist da einfach so ein diamant spiel warum tust du mir das an was habe ich dir getan das ist da ne höhle drunter da ist da ne höhle drunter da ist da zu scheiß dann also da will ich wissen warum hier ne höhle drunter warum ist hier nochmal ne höhle unter ne höhle das könnte eventuell platin sein ich glaube er nicht aber das noch jemand aber die beiden ich hab halt angst dass hier gleich so ein treasure kommt da habe ich echt angst ich nicht mehr weiß was aber was für geräusche 29 diamanten halte drei platte gras platin hat es richtig gelohnt das ist ja richtig gut die ausbeute mit platin krass übel und dann holen wir uns noch ein bisschen bruchstein bauen sie mal eben kurz durch träscher sind hier unterwegs unterwegs habe ich so ein gefühl auch jetzt bedrock auf bedrock eben hat ihn und wir auch auf platin treffen vertreffen war auf der mann er ist ihre idee und im raum hat in ihrem diamanten immer sonst auch immer spannendes hin weiß dass iridium außer selten ist minimum ist nicht sehr selten das haben wir jetzt schon feststellen dürfen das ist iridium wenn wir uns auch das war noch iridium hinter wie gesagt iridium können wir uns weiß ja nie wenn man es braucht am menschen als schatz die gewinnt auch die brauchen auf jeden fall auch das war es dann auch an das war einfach nur gegangen den wir geöffnet haben oder sind vier diamanten den nehmen wir doch auch mit und er hat es können wir uns auch den hier aber das abbauen lange ich habe Angst dass hier ein thresher kommt wenn gleich ein thresher kommt werde ich ganz hellenhaft natürlich warum sollte man auch irgendwas anderes finden außer aluminium herz weißt du bist schon auf bedrock ebene und dann findest du nur aluminium das ist doch das spiel ist kaputt wie er das merkt alsoまず ich vielleicht nicht zu sehen muss man es auch nicht doppelt so lange abbauen iridium programme ית hat keine analyse das noch mal iridium das noch mal die junge was sind die los mehr iridium ist als andere schon fast mehr iridium jetzt gerade gefunden als aluminium an einer mal im mod creator anrufen das modback ist kaputt wir finden jetzt nur iridium kein aluminium das ist ja ein bisschen modback ist kaputt so warte mal ich bin der modback creator hinterfällt irgendwas spannendes verstecken gold von hier kommen wir okay aber mal in die richtung hier in war ja noch immer spannendes hier ging es doch hoch hier geht es nur zu dem dach ich mich mal hier so durch ich darf natürlich jetzt nicht aufstehen weil sonst kriege ich nämlich dings muss auf dem kopf oder an kopf magma cube wenn ich jetzt auch nicht so geil hier gibt es echt nicht spannendes natürlich ist echt doof immer mal die richtung herr ja noch mal hinten zurück das haben wir ja irgendwo ja das immer hinten gucken da machen weil diamanten diamant erz viele diamanten viele buntes martis in noch einen spruch aluminium hat ihn ja platin um zu mir schönes platin durch bist du wieder nur ein block warum auch mehr überwertet denkt sich auch den dürfen nicht so verwöhnen mit mit platin der aluminium bei iridium iridium kann ich auch mit leben mit einem kurz nix angreifen wäre echt nett danke iridium nach der ganze blöcke und da geht es raus machen nichts was wir irgendwie verwenden können menschen und schau daraus kommen auf jeden fall was machen das weiß ich genau die power course und die quarry karten sowas konnten wir damit machen aber kannst eine menge machen der aluminium oh iridium ne komm iridium nehme ich jetzt auch nicht mehr mit jetzt nur noch latin diamanten und dimensional charts mit welcher finden hier ist die eine der sackgasse wieso schwimme ich eigentlich von sackgasse zu sackgasse kann mir auch keiner erklären na klar das ist generell in der sackgasse ist hier unten oh was ist das denn ach das war die aluminium naja hinten ging es weiter ganz viel bohle etwas nimmt schaden ich denke jetzt nicht schaden ich denke jetzt nicht schaden was mir jetzt auch egal ich wollte schaden nehmen wir jetzt nicht sind hier sind es relativ wenig silber haben wir hier das ist toll in der ecke waren wir auch schon ich glaube hier unten gibt es nicht mehr viel was wir entdecken können hier geht es hier ging es noch hoch ein stück war nur das stück und da war gar nichts spannend wir spielen ich denke jetzt schaden genommen bitte mir auch keiner erklären dafür gar nicht schaden nehmen da ist aber ne gespanntes drüber ja hier waren wir schon ok hier gibt es nichts spannendes mehr aluminium 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 was machen wir dann brechen wir wieder durch nach oben ach komm schon isst dich du hängel zähl du arsch runter hier so einfach ey das ist ja schon ne und stimmt halt oh warte mal wenn hier ertrunkene sind das ist da oben wir die wasser oberfläche du platin tot das ist tot das ist ein epischer kampf wow ich hab' mal gesagt dass die dinge hier echt nervig sind das platin also ich mach' mal cubes dass die nervig sind hatte ich das schon mal erwähnt das ist noch ein status quarts da ist dimensional shards so wir nehmen wir sogar jetzt das platin wieder mit dankeschön das problem ist ich weiß nicht wo wo ist es hin natürlich liegst du da drauf sonst ach guck mal wie süß das ist isst was ist was was ist ich menschen schadet mitnehmen danke schön nickel brauche ich nicht nickelback juni natürlich das aluminium erz oder sowas gut nein hier warum soll das auch was gutes nein das wollte ich nicht auch nichts spannendes drin ist ganz ehrlich das beschützt ihr hier so vehement gott seid ihr nervig war einer mitgeteilt oder euch schon mal mitgeteilt seid echt nervig an des zettos quads haben wir da dann müssen du martin auch was spannendes und hinten nimmt ein axelotl auch schaden weil es auf magma tube fällt nett doch leute freunde nicht euer freund genort hat gesagt dann gehen wir mal richtung los junger muss ja was kompensieren ist aber richtig stimmung war jungs könnte mich mal eben kurz in ruhe looten lassen wäre ich nicht ein einfaches nahe da auch eben kurz nur looten lassen was gibt es denn hier was ist denn hier los großversammlung gut vielleicht kommt wieder ein kraken der meint mich irgendwo runterziehen zu müssen das kann und so die hoffen dass hier was spannendes ist an der zertus quads ganz nett aber jetzt nicht so ruhig ich zu sagen würde das könnte ich mir jetzt die sonne geht auch das schon mal gut in den norden genau dann gehen wir mal richtung worden dann kommen wir hier ein kraken von hinten der meint hallo ich habe hunger der spielkenne hier ist wieder ich habe hier nichts spannendes ein wir haben es genug gesagt richtung nur die fisch haben wir auch keine hunger nix so richtung norden jungs alles gut muss die halt ich glaube das muss die dezent abfangen dass sie mir nix können das ist jetzt gefährlich das ist mir gerade zu heikel das ist mir etwas zu heikel da muss ich aber los jetzt sind mir ein bisschen ne brauche ich nicht ertrunken erschwimmt erschwimmen für den ertrunken moin einfach nur das schiff looten und da wird man hier mit blitzen vollgeschossen das ist aber auch nicht so eine nette art die feine englische art ist es nicht dann holen sie wahrscheinlich noch hinterher wieder rum dass keine freunde hier schönes richtung norden das ist ein hei leben habe ich 19 das ist ja easy net 40 ne ja komm hai hast du Bock? hast du Bock hai? nein hast auch kein bock dann geh doch wo du wohnst was ist das denn hier? mach dir ein chef keine lust drauf oh mach mal cubes ne? keine mach mal cubes hey bruder schleich dich doch nicht so an ich sag nix böses auch mal so hallo äh viel? ach so er akquisit die chunks ja das ist toll danke für die vorwarnung war sehr nett ne insel? oh ne kleine insel haben wir gefunden das ist ja toll ich fühle mich ja nicht seitlich hi muss weg ciao haben wir noch was am Herd das ist ja wenn die sind so aufdringlich immer dann kann man auch dem mal ruhig sagen dass äh noch was am Herd hat axelotten hey cool hier sind es sogar sind immer zu viele bei uns in der Siedlung sind es ja gefüllt 20 Milliarden kann das sein dass hier generell großes Festland ist links hallo ein Freund äh ja gut Kompass dann hab halt keine Ahnung wo du hin willst schlimm oh was ist das denn natürlich so viel ich bin ja ertrunken hinter mir nein ist ja langweilig hey wenn wir Festland unter uns wuuu oh Hirsche oh ein Reh geht's auf ein Hirsch geht's Hirsch what the fuck warum explodiert jetzt hier alles kann mir das einer erklären ach für ein Freund wieso schlagen überall Blitze jetzt ein wenn ich am Fest am Festland äh chill wieder ertrunken ne moin bye was ich mach mir jetzt hier einfach einen Spawnpunkt plus temporär dann geh ich mal eben kurz nach Hause wir rotieren mal eben kurz die Sachen ein und sagen Rahmen gefüllt ey ach ja jetzt mal fahren wir wieder durch die ganze Map au hier darf ich ja sehr nett ich würde gerne wissen warum ich hab ich irgendeinen Fluch an mir feuerschutz cowardice elektrified ach das ist mal ne Brustplatte glaube ich kann das sein ist das wirklich das ist mal ne Brustplatte die die hier angreift latim erz ja das wird jetzt verbrannt das ist gut Bruchstein kann da auch rein ach ja Gold kannst du noch nicht wegsortieren doch Gold müsstest du wegsortiert kriegen ach krieg ich auch wegsortiert wollte schon sagen weil Gold kennt er ja eigentlich das nehmen wir uns alles raus die Kohle nehmen wir uns raus Himmelstein Wither Skelettkopf muss man mal gucken wohin damit das kommt alles raus das kommt raus das kommt raus achso oh dann alles wieder voll macht mir das denn keiner was sortieren wir das hier alles mal schön weg Jummerz na verratet das Fleisch ja das hab ich jetzt auch gebraucht Plettusquarz Steinkohle Dimensional Chance Platin Krakenzahn kennt er nicht Eisenerz müsste er kennen das kennst du das kennst du die Eimer müsstest du kennen Bruchstein Hopperohr Geiser den will ich natürlich mir jetzt Inventar den will ich hier vorne irgendwo hinsetzen oh Ridium ach Iridium Erz kennst du nicht ne ist richtig Bruchstein kennst du aber Steinkohle Zertusquarz Erz erz kennst du auch nicht das muss ich mal in kurz hinsetzen stellen mal abbauen ok er hat das Quarz Eisenerz kennst du aber Golderz kennst du auch Kupfererz müsstest du auch kennen Ganit müsstest du auch kennen Käse kennt er auch Eimer kennt er auch perfekt Leitern kennst du auch Kohle kennst du auch den Hammer tun wir hier oben hin so die müssten jetzt alle hier landen die Sachen also ein Großteil doch das Eisenerz Golderz du hast gar nichts zu tun why ever kippt mich aber auch nicht Mabel Erde das haben wir in der Perle müsstest du kennen das musst du kennen das müsstest du auch kennen an der Sieg kennst du das kennst du das musstest du auch kennen Süßbeeren müsste er eigentlich auch kennen das müsste er auch kennen er müsste eigentlich alles kennen was ich oben hab den Krakenzahn weiß ich nicht ich glaube Krakenzähne kennt er wirklich nicht das weiß ich doch nicht der kann Hamburger na nur ein wollte ich übertreiben wir sind auf Diät erde kennst du Limestone oh oh Limestone kennt er doch obwohl Konstruktionplatte muss ich so einsortieren Faden kennst du aber die Blume kennst du Süßbeeren kennst du auch Smaragde kennst du auch Goldklumpen kennst du auch das kennst du auch ach das ist ein verzauberter Golden Apfel ja den kennst du nicht das ist richtig Thornloose Rock müsste ich aber auch kennen theoretisch Himmelsteintruhe ist richtig kennst du nicht muss ich so einsortieren so ich wollte gucken ob du den Krakenzahn kennst ah der kennst du muss nicht immer etwas was er kennt ah dieses Beacon äh Reza Skelettschädel das brauche ich auch nicht rot müsste er auch kennen das müsste er oben einsortieren nein kann er nicht oben einsortieren wieso kannst du Iridium nicht also wieso kennst du Iridium nicht sagen wir mal so so Himmelsteintruhe Wither Skelettkopf ist klar was ich stelle mir so ein Geysir stelle ich mir hier vorne einfach weil ich es kann ne stelle ich mir oben in den Garten und hier easy an den Garten ankommen das weiß ich halt auch nicht Antwort nein von der Seite kommt man nicht easy an den Garten set der langen Weg hier rum das machen wir auch die Folge oh ja zwei wollte ich nicht ja toll jetzt habe ich einen Bruchstein äh hat sich ja richtig gelohnt das mitzunehmen sauber Marvin Dankeschön Hm Technologie verstehe ich es auch nicht so eh nicht ach das Erz kennst du dann wieder oder was aha ja dann äh hier hast du einen Bruchstein können wir den Stein müsst ihr ja auch wegsortiert kriegen haben wir hier sonst was drinne Zinkerz kennst du angeblich auch nicht oh doch das kann sein dass er das nicht kennt da habe ich mir nicht sicher das müssen wir jetzt mal kurz gucken ob er das echt nicht kennt da bin ich mir echt nicht sicher ob er das kennt doch kennt er ok nevermind er war einfach nur doof glaube ich Erde jetzt achso ich habe ja gerade Erde aufgesammelt ja nevermind ich werde nicht mehr auch ja nur ein ach ich nicht den Rest muss ich so händisch jetzt wieder einsortieren so erstmal gehe ich hier in die eine Kiste und schmeißt den ganzen der an der wieder wenn du wieder das skelettschädel tue ich da auch mal erst mal rein das kommt da rein das bieten der verzauberte kommt auch noch ein Schneeball der Schneeball müsstest du aber wegsortiert kriegen hier den müsstest du kennen hierbei kennst du weeeee irgendwas gespawnt ich weiß nicht wo ich den Magma Cube hin ich glaube den tue ich hier unten hin irgendwas gespawnt irgendwo ist ein Skelett aber das wird wahrscheinlich wieder dahinter ich brauche mal eben kurz die Filterkarte für den unteren Bist du das? ja du bist Dankeschön das so dann kann ich das auch mal tun und das in die Hand geben wird immer noch eine Karte fehlt mir noch ein bisschen nervig ein bisschen meine ich sehr nervig so weißt du was die Magma Cubes die schmeiß ich mal kennst du nämlich das Memory äh das Inventory auch jetzt gleich Folgenende mache weil ich muss nämlich wieder pinkeln ich weiß nicht wo ich die Himmelsteintruhe mit rein tun soll das weiß ich echt nicht mit drinne Basalt das ist Himmelsteintruhe mit da rein aber ich hatte doch schon Himmelsteintruhen letzten Male und ich weiß nicht wo ich das ja keine weiteren Fragen ich weiß wo sie sind erfunden misch da so was hatte ich noch sonst hatte ich nichts mehr ne zwei rot können wir uns auch so nehmen ganz ehrlich dann so 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 ein bisschen haben wir dabei nett Handlangschwert ganz ehrlich das können wir uns auch mal hier drauflegen ja nett haben wir doch wieder ein bisschen Erz gesammelt würde ich mal sagen und ich würde sagen in der nächsten Folge gehen wir weiter gehen Norden weil wir wollen ja ganz viel tolle Sachen finden im Norden hoch gehe ich jetzt runter keiner weiß oh hier habe ich noch Kohleblöcke interessant wo ist der Unterschied das ist das geladene ne auch 44 geladen Zettusquartz haben wir mittlerweile Zettusquartz Kristall an sich haben wir genug das Luchskristall ja Schleimbälle haben wir ja getradet ich würde sagen es wird langsam hier die Sammlung ne so langsam aber sicher kriegen wir hier ne nötige Sammlung zusammen was ist denn hier drinnen graue Wolle weiße Tulpe das können wir noch nochmal eben hier reinschmeißen äh die graue Wolle das kommt hier das kommt hier Oh Wolle können wir da hin tun brauchen wir zwar nicht aber so die weiße Tulpe Ends Ender echt nicht so achja nächste achja stimmt ich wollte ja noch mit den äh mit den Botania Sachen auch noch anfangen oder können wir auch nächste Folge mal gucken von den nächsten Folgen da werden wir schon irgendwann wieder da werden wir schon irgendwann komm sagte er wo hab ich hin wo hab ich hin wo hab ich hin wo hab ich hin wie viel Kohle hab ich hin 666 was zieht es 6 das ist Union Barren den würde ich gerne hinten sind ja die die ganzen Sachen für nur eine aber hier oben hin so dann haben wir es hier eher sortiert was ist das Holzkohle haben wir auch noch 4 krass wir haben 4 Holzkohle nur nicht übertreiben das sind Redstone Fackeln Hä? das sind Redstone Fackeln hier unten hin so sonst noch irgendwas im Inventar nö auf jeden Fall Freunde was not in the room are you not using the storage so gar keine Crowley Card mehr GG der hat den den ganzen Scheiß jetzt hier verballert ne für nichts und wieder nichts das ist gut auf jeden Fall Freunde damit wäre ich für diese Folge auf jeden Fall schon mal raus wieder ein bisschen Überlänge aber wir haben ja auch allen Grund dazu gehabt ne gucken wir uns nächste Folge mal die Botania Sachen an weiter Richtung Norden na wir gucken uns die Botania Sachen an jetzt gesagt hier sind die Bausachen drinnen und hier sind die Technik Sachen drinnen bei dem Bahnhof können wir leider hinten äh also die Bahnstrecke können wir leider noch nicht weiter ausbauen weil dazu muss Kai erst auf den Server gehen damit irgendwie hinten die Berechtigung gibt in seinem Land zu bauen da das aber wie gesagt weil ich aktuell noch kein Internet habe noch ein bisschen dauern wird können wir den Bahnhof leider noch nicht bauen oder es gibt schlimmer was aber wie gesagt ein bisschen das sieht schon böse aus ne schon leicht böse aus ah ok das ist ja mal geil plus 0,6 Angriffsgeschwindigkeit nett das ist ja das machen wusste ich nochmals auf jeden Fall nächste Folge gucken wir uns Botania an ja Botania 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 gucken wir mal was wir da mit so machen können vielleicht können wir nachher auch noch ein paar geile Sachen mitmachen wir werden es sehen in der nächsten Folge bis dahin bleibt gesund bleibt sauber macht nichts was ich nicht tun würde oder macht nichts was ich tun würde tschö mit ü ne mit v tschö mit v so habt ihr was zu nachdenken also Leute haut rein tschö 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 das ist lebe das ist das ist